Die Exerzitien, diese Glaubenstage mit einer Heiligen Messe hier in diesem Fahrsaal jetzt eben beendigen zu können, wo wir in den Himmel schauen, auf die Frau, die ganz vollendet ist, auf Maria. Heute ist der 22. August, der achte Tag nach dem Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel, seit 1954 das Fest Maria Königin. Ja, wir haben eine Königin, eine richtige Königin, die zugleich unsere Mutter ist, die im Himmel ist. Sie bittet immer für uns, sie ist uns jetzt auch ganz nah in dieser Stunde. Ganz besonders den kleinen Kindern, die so lieb hier sind und die aufpassen müssen, dass sie nicht verlauter begeistert aus dem Fenster wurzeln. Den müssen aufpassen. Jetzt schauen wir noch einmal im Herzen ganz auf Gott. Wir danken für den empfangenen Gnaden und bitten, dass wir diese Heilige Messe in rechter Gesinnung feiern.